neben klar hast du deine Sachen? Jupp zieh sie weg nein wird zu nichts langweilen ja was hast du denn da? das sind Stöcke schaut mal an den Croft & Toon K Achno ja ich seh sich Loos zieh es nicht raus ok ich mach halt einen Pisten ne hast du jetzt einen Pisten oder wie? Ah Kolben Wer kennt denn das Rezept, was jetzt gleich noch rauskommt? Özgür, du vielleicht. Keine Ahnung. Das ist ein Blockblaster. Blockblaster. Blockbreaker. Und dann brauche ich noch einen Hebel. Blockbreaker. Klebige Kolben. So, jetzt gehe ich runter und suche Obsidian. Aufsieh. Wie sieht das jetzt aus? Ok. Ich komme. Ich komme. Wo bist du? Ich bin unten. Ich bin unten. Ganz und und. Oh, ich habe es mal eine Zeit, ich meine Sachen nicht dabei aber egal. Es sind schlimm. Nicht schlimm. ist ja nicht schlimm Bauer war nicht soll jetzt ab und zu rechnen es tut mir echt leid aber ich kann jetzt nicht zugegeben der Satis zu fallen und ich habe hier noch ein Server dabei laufen das nicht mann du hast noch einen sehr guten PC oder nett ich habe einen Arbeits-PC bloß mit meiner Grafiker ist also gut das mal von oben den Ding mitbringen den Screwdriver vom Haus den Schraubenzieher den Screwdriver und wieder hoch warum sagst du nicht fair man hab ich vielleicht nicht dran gedacht da ist irgendwie Lava irgendwie Leggy wie tief das Ding geht ein nicht mehr so das erste Ziel haben wir schon mal die sich nur wieder rauskommt jetzt leckt der Minecraft nicht mehr Jelen jetzt leckt bei dir nicht mehr aber bei mir ja wenn du willst die Augen die Aufnahmen im Store von Mann ja ich nehme jetzt eh noch auf bis wir es los müssen wenn ich mich schon auf ein Fluss den paar Stunden M-Rocke Prozent Prozent egal braucht man nicht guter Ereign ja ich bin ich ja doch jetzt bei mir auch jetzt schon bei mir ja ja weil ich jetzt warte mal beste taktik um es zu den abzubauen ohne diamant zu verwenden der sg weiß nicht mal was hier abgeht was machst du denn ich brauchst die jener höhen heißt bestimmt mit diesen hässigen kolben block breaker ist es halb aber egal okay block breaker aber das mit dem in die richtige richtung drehen das ist ohne anschauen sind wir haben vier serien weiter macht es sich für mich mehr braucht jetzt kommt von da da zack zu spät na schimpft und wie du ausschließt aber wie du schon wieder ausschließt ich bin wieder oben ich bin gleich. Also nicht gleich, aber irgendwann. Wie viel Hunger ich überhaupt nicht habe? Geiles Horn-Action. Geiles Horn-Action. Und zwar machen wir die User-Action. Jetzt machen wir die Finger hier. ich bin jetzt voll müde Junge da vier Stück brauchen ja wir haben vier ob sie den Feastone und einen Philosophers Stone ne Philip Love Stone komm dann mal in den Craften zum Craften hihihi's baby join den Ding hin hallo warum geht die Truhe nicht auf jetzt noch einmal steht es immer noch um die Ehe siehst du es nein ich sehe das nicht komm mach schon hä wo bist du deswegen möchte ich nichts aufnehmen weil dann alles liegt ah da ist ein Transmodulation Turbo Transmutation Tablet und meine Textures sind schon wieder verbaut das heißt wir müssen das jetzt ohne Textures machen aber beim nächsten Mal wenn der Ötzger wieder spielt dann könnt ihr es ja sehen ich mach das jetzt nur noch gefühlt wo es reingehört also kurze Erklärung der Transmutation Table erlaubt uns Gegenstände einer Art in die Gegenstände einer anderen Art zu verwandeln zwei Einstellungen gibt es und zwar das eine sind also Brennstoffe also Fuel es ist zum Beispiel Glowstone Redstone Coal Charcoal und alles derart Nickel Light auch Uran auch und es gibt ja noch halt Diamanten alle Erze und alles das ist alles Matter also Materie und es muss die richtige Menge haben wenn wir jetzt über Items fahren dann sehen wir IMC ist 8192 bei einem Diamant und bei Tanks ist es jetzt 16384 wenn wir jetzt Tanks zu Diamanten machen wollen legen wir links den Diamant rein dann kommt hier Learned von der Zeit lang dann haben wir den gelernt dann legen wir Tanks links rein und dann können wir rechts auswählen Learned steht auf Multiplayer nicht da weil es ein Bug ist aber es ist gelernt jetzt und jetzt können wir hier rechts Diamanten rausziehen hier unten ist eigentlich noch ein Slot in den können wir alles rein tun wenn ich ihn finde da und dann haben wir hier die Gesamt IMC unten drin jetzt nehme ich einfach mal Diamanten raus und jetzt haben wir 21 Diamanten Was? wir haben jetzt 21 Diamanten Geil die werden wir jetzt aber nicht für eine Rüstung verbinden dass das klar ist oh schade nur dass das klar ist man ok weil ich dich ja kenn was? ich kenn dich ja ach zu schau mal kurz was wir alles machen könnten könnten wollen würden was? wirst du? nicht da schau mal die Truhe an, Alter haben wir Pfeile? wo ist das? du lässt das jetzt mit Bögen ich will Zombies töten, Mann ich will Zombies töten, Mann ich will Zombies töten, Mann was? Pfeile gibst du wirst mir du schießt mich doch eh nur ab ach so, dich dann hast du hier welche Alter, weh du schießt mich einmal ab es wird so gerecht, Mann ganz schön schau mich mal an schau mich mal an es macht Spaß fuck you, Juni dick in your face jetzt weiß ich gar nicht was wir damit machen wollen mit den Diamanten jetzt weiß ich es wieder was? du kommst jetzt mal mit runter ok wir brauchen ein bisschen Zeug Kiste habe ich dabei dann brauchen wir noch die zwei Links, die wir vorhin durchgelassen haben ich brauche noch ein bisschen Eisen ich brauche noch ich brauche noch erstmal erstmal loscraften Red Song, hier ist noch Eisen drin ähm ähm was fehlt noch Kohle und Holzkohle Kohle Holzkohle haben wir schon den Omega Kleinstein oder so? alter Omega weißt du Omega ist das größte was es gibt davon das heißt nein wenn wir jetzt aus Holzkohle und Cobblestone acht Stück zusammenlegen muss Holzkohle sein dann kriegen wir Covalence Dust ist unklar wenn man das genau ausspricht aber es ist Covalence Covalence keine Ahnung auf jeden Fall nehmen wir das raus haben 40 Stück davon von dem leichtgrünen hör auf dann legen wir ein Eisen mit einem Red Song zusammen kriegen wir den hellblauen schau halt auch in den crafting table lieber statt auf mich zu schießen auf dich ja auf mich schau jetzt rein was darfst du man kriegen wir den hellblauen legen wir ein Diamant ein Kohle da rein kriegen wir 40 von dem dunkelblauen wir sehen wieder IMC-Werte gehen auf und ab daraus können wir jetzt ich habe auch fraps aber kapier ich aber nicht ja du hast auch fraps erzählf er nicht du hast auch fraps hast bloß die letzten du hast eigentlich bloß vorher immer aufgenommen ja und jetzt erzählst du mir dass du fraps hast ja erzählf er nichts erzählf er kein scheiß man auch so wie du alles in eine Kiste tust du wo sind die Stars in jetzt jetzt ich brauche bring mal den Eisenofen mit äh wo ist denn der bring mal die ganzen Maschinen mit da will zu sterben oder tust du nur so hey die Eisenhalter ist weg so da kam Kohle raus ja weil da noch Kohle drin war ein Steak ja Choco aber nur heute wieder da kam kein Eisenofen raus also die ist kaputt hast du mir was hast du es abgebaut mit meiner Hand also ich gehe gleich abmant he 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 ich weiß nicht mehr es bleibt was bist du nur von wenn es aus Eisen ist und so langsam abgebaut wird boah bist du einer boah Junge boah jetzt kommt gleich Rage man komm schon Rage ja man jetzt kommt Rage jetzt diskonnect dich man nein alter 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 du bist ein alter Mann ich bin ich bin ich bin ich bin er ich werde er wird mir wo ist der Mann mit mir doch nein die Essen ich bin ich die Tür ich bin ich kann rein ich bin ich was irgendwie nicht durch nicht wo ist denn die Strecke ein ein weil er zu tun ist und es noch lernt macht jetzt einfach mal was gemeint ich soll sie jetzt dafür gehen ja ja ihr habt es gesehen ich habe einen Iron Furnace das war der der hier vorhin stand wir sind zwar vielleicht keine Cheater aber boah ey wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte dann wäre er jetzt tot und zwar für immer alles von Dingen darfst du niemals eigentlich abbauen bis auf Eisenöfen und normale Generatoren ja jetzt habe ich ein bisschen XP wo bist du ah da bist ja da unten was machst du denn da boah musst du jetzt in die Pickaxe laufen boah bist du boah was machst du man du legst bei mir Junge du ja nicht nee was machst du ich lege jetzt die Kohle da rein ich gehe jetzt schon ja da ist sie ja wo ist die hab sie hab sie muck dich aus mir raus boah sorry dass ich so ein kleiner Cheater bin aber aber klein boah boah lass ich bin Prozent vor Ort Prozent ich hätte sich machen das wird schlecht gemacht denn es soll statt er ist kein Schlag als er es reicht schon mal Hallo Wo Kommt Alter willst du jetzt Jetzt willst du jetzt richtig halten Wo bist du? Wo bist du? Hey Alter wie das Ding leckt, Junge Boah, fliebend Wer? Du? Ich bin tot Hä? Oh Arschloch Bei mir stehst du ja noch die ganze Zeit rum Du bist ein Arschloch Ich hol dir deine Sachen Du hast den Ofen kaputt gemacht Was? Du hast den Ofen kaputt gemacht Ah ja, Alter Okay, jetzt zeig ich dir endlich wieder was Wenn du mal in den Ofen kommst Siehst du, dass ich Eisen brenne Was? Du siehst, dass ich Eisen jetzt gebrannt habe Unten Oder noch brenne Dann nehm ich Wo ist der Project Table Habe ich den? Ja, dann habe ich Setze ich den mal hin Um 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 Um